So, dann geht es auch jetzt weiter mit den Prestigeaufgaben und wir machen als erstes, würde ich sagen, die hier vom Ablauf her ist das, glaube ich, das simpelste. Füge Gegnern Schaden zu, nachdem sich das erste Sturmauge zusammengezogen hat. So, ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein in Gruppenkeile, das einfachste. Zack, zack, zack. Dann Kurzfassung, was uns den Passive-Code betrifft, da kommt alle 10 Abonnenten eine Zahl hinzu. Die Fragezeichen müsst ihr durch eigene Zahlen ersetzen und einfach den Code ausprobieren. Die nächste Zahl kommt bei 280 Abonnenten, wenn du genau wissen willst, wie das Ganze funktioniert. Unten habe ich extra ein Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich genau erkläre, wie der Code funktioniert, wie das Einlösen funktioniert und das ausprobieren. So, dann die alten Hasen unter euch wissen, Ladebildschirmzeit, jetzt liken, jetzt kommentieren. Wenn ich dir schon öfters geholfen habe, dann lass doch bitte mal ein Abo da. Du brichst dir keine aus der Krone und ich habe auch was davon. So, dann schauen wir mal. Weil, ich sag ganz ehrlich, wenn keiner abonniert, auch bei den anderen YouTubern, die so die Tagesaufgaben machen, dann haben wir natürlich irgendwann keine Lust mehr. Also, das ist einfach so. So, jetzt muss ich mich nur aufpassen. Ich darf nämlich gleitenden Gegnern keinen Schaden machen und auch nicht in die Mitte vom Sturmauge. So, dann kurz was in einer anderen Sache. Ich habe ja jetzt dann endlich mal angefangen, ein bisschen FIFA zu spielen. Das Problem ist schon allein, der PS4-Controller klappt am PC da nicht mit FIFA zusammen. Heißt, ich muss wieder auf den Xbox-Controller zurückgreifen, aber ich denke mal, wenn ich alle Aufgaben fertig habe, werde ich dann heute auch live gehen mit FIFA. Und euch da natürlich auch einiges zeigen. Aber ich muss mich halt jetzt reinfinden, die Steuerung lässt sich irgendwie nicht ändern. Also, alles ein bisschen nervig. Und wie gesagt, zur Playstation, da ist alles halt gewöhnt und simpler. Aber für die, die jetzt nicht die ganze Zeit zugucken wollen, ihr müsst jetzt eigentlich nur warten, bis wir hier die Zone haben, die jetzt schon wo der Kreis ist. Dann zieht sich die Zone zu und wenn die geschlossen ist, also wenn dann die Zone sich wieder verschiebt, da müsst ihr den Schaden machen. Also, ich könnte jetzt 100 Kills machen, es würde in Anführungszeichen nix bringen. Erst dann, wenn die Zone einmal komplett zu ist und sich verschoben hat. Das gar schmeckt. Aber wir wissen ja, im Gruppenkile ist der Loot immer besser. So, wie gesagt, ich muss jetzt nur gleich aufpassen, dass ich die anderen Aufgaben nicht schon aus Versehen mache. Ich meine, das ist nicht das Problem. Ich könnte das auch alles in ein Video packen, aber so lange ist der Titel nicht. Das ist halt einfach mein Hauptproblem. Ich muss jede Aufgabe quasi einzeln machen. Und ihr wollt natürlich auch die Aufgabe an sich sehen und nicht irgendeine andere Aufgabe dann. So, eine MP wäre nicht schlecht. Die Zone ist bei uns in der Nähe. Also, wie gesagt, ab in 3 Minuten und 50 Sekunden, der Schaden zählt dann also erst. Also, ihr könnt jetzt Schaden machen, das würde halt nix bringen. Ist hier noch eine Kiste? Tatsächlich. Ja, so mache ich sie kaputt. Jeder kennt das. Also, die Kiste darf ich mal hier weg. Dankeschön. Oh, da oben war ein MP. Man kann immer noch keine Betten nutzen, ich will nur die Munition. So, da würde ich mal sagen, gehen wir mal langsam in Richtung Zone, weil die ist irgendwie doch immer schneller da, als man denkt. Also, Holz 940, ein bisschen was sammeln. Holen wir aber nix mit, kein Platz. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme irgendwie wieder ein bisschen besser in Fortnite rein. Also, nicht mehr ganz so lost, aber ihr wisst ja, zwei, drei gute Runden und man denkt direkt wieder, ja, jetzt, jetzt geht es aufwärts. Mal gucken, ob da unten noch was ist. Ja, wie ihr seht, ich habe mich jetzt nicht wirklich beeilt, aber die Zone ist schon wieder fast da. Ach, hier war schon eine. So, jetzt gehen wir mal direkt rüber zu den Gegnern. Nur um gerade, dass ich euch zeigen kann, der Schaden bringt nämlich noch nix. Ich muss noch einen finden. Ich glaube, die laufen ja nur von uns, weil ich oben bin. Musste ich doch glatt nixen. Ja komm, die müssen doch hier eigentlich sein. Ich habe mich schon Action. Ich habe noch keinen Bock. Ach so, da sind die alle noch im Niemandsland. Oder alle noch im Looten und lassen sich jetzt erst in die Zone reinbringen. Das finde ich eigentlich wirklich immer die beste Variante. Ganz ehrlich. Scheiß auf die 100 Lebende. Ja, kannst du haben. So, hier war definitiv ein Gegner. Oh, hier sind aber überhaupt keine Action. Man sieht es auch. Aber auch nur 11 gegen 13. Und so, jetzt muss ich nämlich die 500 Schaden anfangen zu machen. So, das waren schon mal 210. Boah, wieso ist der denn geklitten? Der ist doch gar nicht geklitten. Ja, der ist doch gar nicht. Okay. Jetzt. Also, wenn ich das nicht oberen. Und so, jetzt. Und so, jetzt. Eben, der war doch gar nicht am gleiten, aber dann packest du halt doch in einer Ausgabe. Du kommst natürlich von oben, aber wie ihr seht, einfach Schaden machen, sobald die erste Zone zu ist. Schauen wir mal, haben doch wieder zwei Aufgaben in einer gemacht, aus Versehen. Ja, stellen wir jetzt hin. Ach, natürlich. Das meine ich, ich bin dort zehnmal drauf gewesen, ey. Die Idee wäre das ein Grundspiel auszumachen, ey. Oh Mann, ey, wer macht da jetzt Auge? Natürlich. So, das wird mir einfach, aber die Runde wird ewig dauern, ey. Also, wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, wenn die Zone einmal zugezogen ist, da müsst ihr halt die 500 Schaden machen. und Gleitling gegen einen Schaden zufügen, ist eigentlich auch simpel. Einfach gucken, wo einer rumfliegt. Klar, hätte ich dann weggesmeidt. Einfach gucken, wo einer rumfliegt und den dann einfach... was töten? Gleitling... ne, 100 Schaden zufügen. Gleitling... ne, 100 Schaden zufügen. Warte, ich zeige euch mal, wie ich das dann... Aber das ist halt auch ne Aufgabe, die braucht man eigentlich nicht planen. Das war ein bisschen schwer veraimt. Schmeckt. Gehen wir jetzt hin. Oh Gott. Also, wie gesagt, ein Gegner, der im Gleiten ist, das darf ja eigentlich überhaupt kein Problem sein, das hinzukriegen. Hier ist es nun gerade ein bisschen schlecht, weil hier keiner kommt. Ihr seht ja, die Seilrutschen sind auch wieder da. Nach gefühlt 100 Jahren. Also, er hätte jetzt quasi bei mir die Aufgabe schon fast erfüllt, weil er nicht 100 Schaden gemacht hat. Ich weiß, wenn ihr Gegner so auf euch zugeflogen kommt, da Schaden drauf hämmern und schon habt das gemacht. Das Video hier wird sich zu sehr in die Länge ziehen jetzt, deshalb werde ich jetzt hier auch abbrechen. Weil das Leben war nur noch 10 Gegner. Dadurch zieht sich das halt alles schwer in die Länge. Ah, ich spinns. Und dann würde ich sagen, an der Stelle viel Spaß mit den zwei Aufgaben. Wie gesagt, einmal muss die Zone sich einmal zugezogen haben, dann 500 Schaden. Und dann müsst ihr einfach einem 100 Schaden zufügen, der in der Luft rumfliegt. Ihr könnt auch mehreren Leuten Schaden zufügen, muss nicht ein bestimmter sein. In dem Sinne sage ich, wenn ich dir mithelfen konnte, gerne ein Abo, Like, Kommentar, lasst irgendwas da. In dem Sinne sage ich jetzt einfach, haut rein.